Willkommen bei der MoveIt Software Products GmbH. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Helmut 4 Produkt Suite zur Orchestrierung, Standardisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen für große Adobe-Arbeitsgruppen nutzen können. Wir geben einen Überblick über die Helmut 4 Komponenten und werfen einen Blick auf die grundlegenden Funktionen, die die häufigsten Probleme in jeder Adobe-Arbeitsgruppe lösen. Werfen wir einen Blick darauf, was Helmut 4 zu bieten hat. Helmut 4 vereint verwandte Arbeitsschritte einer Produktion in vier Komponenten. Die erste Komponente ist Helmut FX. Projektmanagement und Benutzerverwaltung scheinen trivial zu sein, aber auch heute noch verlassen sich Teams jeder Größe auf den Datei-Explorer, um Projekte manuell anzulegen und zu suchen. Es muss doch einen besseren Weg geben. Mit Helmut FX gehört all dies der Vergangenheit an. Sie können Benutzer in Teams zusammenfassen, neue Projekte hinzufügen oder bestehende Projekte suchen und öffnen, Projektvorlagen verwalten und eine individuelle Projekt- und Asset-Ordnerstruktur erstellen. Alles wird zentral über eine einfache und übersichtliche Web-Oberfläche verwaltet. FX bietet auch Lösungen für Probleme wie die Arbeit mit unterschiedlichen Adobe-Software-Versionen, die Verwendung mehrerer Betriebssysteme auf ihren Workstations und vieles mehr. Die nächste Komponente ist Helmut I.O. Es kann eine ziemliche Herausforderung sein, Ihre Rushes in Ihrer Produktionsumgebung einzuladen und Ihre Master-Dateien korrekt und on-time auszuliefern. Wäre es nicht großartig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, all das Rätselraten zu beseitigen und kostspielige Fehler zu vermeiden? Die Lösung heißt Helmut I.O. Helmut I.O. verwaltet die Import- und Exportlogistik von und zu Adobe Premiere und Adobe After Effects unter Verwendung von lokalen oder verteilten Adobe Media-Encodern. Unser leistungsfähiger Stream-Designer bietet Ihnen die perfekte Oberfläche, um Ihre Import- und Export-Workflows zu gestalten. Es steht ein komplettes Set von Aktionen zur Verfügung, die sicherstellen, dass Ihre Dateien immer an der richtigen Stelle mit dem richtigen Namen, den richtigen Codec-Einstellungen und Metadatenfeldern landen. Die nächste Komponente ist Helmut Cosmo. Teams müssen immer wieder Assets zwischen Projekten austauschen. Die richtige Datei zu finden, ist daher oft wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Helmut Cosmo kann Ihr Held sein. Cosmo ist die zentrale Datenbank für Premiere Pro und After Effects, in der Projekte sowie projektbezogene Assets und Metadaten erfasst werden. Cosmo ermöglicht die Synchronisierung beliebiger externer Ressourcen wie MAM oder Archivsystemen mit Ihren Adobe-Projekten und deren Inhalten. Außerdem bietet Cosmo eine benutzerfreundliche Web-UI für den Export und das Hochladen von Medien direkt in Ihre Adobe-Projekte, auch wenn aktiv an dem Projekt gearbeitet wird. Die vierte und letzte Komponente der Helmut 4 Suite ist Housekeeper. Wann immer Sie Ihr Projekt für einige Zeit parken, Ihre endgültige Projektdatei archivieren, wiederherstellen oder löschen wollen, Helmut Housekeeper hat die Lösung für Sie. Helmut Housekeeper verwendet einen einzigartigen Ansatz, in dem es die Leistungsfähigkeit der Helmut Cosmo Datenbank nutzt, um Aufgaben wie die projektbasierte Archivierung, Wiederherstellung, Konsolidierung und Löschung von Projekten zu automatisieren und zu vereinfachen. Hierbei ist es möglich, präzise zu definieren, welche Projektbestandteile es wert sind, verwaltet zu werden. Egal, ob Sie das gesamte Projekt, die in der Sequenz verschnittenen Clips oder nur die unbenutzten Assets verarbeiten wollen. Alles kann präzise definiert und vollständig automatisiert werden. In Kombination der vier Komponenten bietet Helmut 4 einen ganzheitlichen Ansatz für echte, projektbasierte End-to-End-Workflows und bietet Organisationskontrolle und zeitsparende Verbesserung für traditionell nicht verwaltete Adobe-Workflows.